Hallo zusammen! Ich hab die tollste Überraschung für euch! Einen besonderen Gast, der von sehr weit her zu Besuch gekommen ist. Darf ich vorstellen? Königin Emilia! Hallo zusammen! Oh, aber ihr könnt mich alle Emilia nennen. Königin Emilia klingt so förmlich. Oh, aber ich liebe es! Wir reden so viel über Prinzessinnen, aber Prinzessinnen können Königinnen werden. Die Chefin. Wir wollen hier alle Königinnen feiern. Spitzenfrauen. Königin Emilia. Ich bin so ein großer Fan von Barbies Vlogs. Ja, einer der größten Fans. Und wisst ihr, dass sie mich in Floravia besucht hat? Und sie hat mich dazu ermutigt, die Person zu sein, die ich sein wollte. Was? Was ist denn los? Fällt euch irgendetwas... Ungewöhnliches an uns auf? Reingefallen! Ich bin Königin Emilia. Und ich bin Barbie. Wir machen nur Scherze. Aber wir sehen uns wirklich total ähnlich, oder? Und das war auch der Grund für uns, eine Reihe von Abenteuern zu wagen. Sagen wir einfach, es war unglaublich. Sie hat sich eine Woche für mich ausgegeben. Ja! Ich war Prinzessin Emilia. Ich hab eine Pause gebraucht. Ein bisschen Zeit nur für mich, wisst ihr? Eine Pause von den königlichen Pflichten. Deshalb danke, Barbie. Und wow, was für ein Abenteuer das war. Ja, jemand wollte ihre Krone stehlen. Das war verrückt. So verrückt? Das erzählen wir ein anderes Mal. Ja, definitiv. Okay, also ich hab Emilia gesagt, sie kann bestimmen, was wir heute machen. Und sie wollte unbedingt etwas spielen. Yay! Und zwar eins meiner Lieblings-Wortspiele. Gut, du weißt, wie man das spielt. Man zieht einen Zettel mit einem Begriff darauf, den man erklären muss, ohne ihn zu nennen. Der andere muss ihn dann erraten. Und weil du mein Gast bist, fängst du an. Oh, warte. Was machen wir, wenn jemand etwas falsch errät? Oh, darüber hab ich noch nicht nachgedacht. Ich schon. Oh, oh. Wenn wir falsch raten, dann müssen wir ein Stück Zitrone essen. Oh Mann. Okay. Dann mal los. Okay, ja. Ein kleines Tier. Oh, es ist stachlich. Es ist ein Igel. Ja. Okay. Also, du stehst da drauf und dann reitest du die Wellen. Ein Surfbrett. Yep. Oh, das hier ist schwer. Okay. Ähm, es ist eine Blume, eine Wildpflanze. Sie ist, ähm, sie ist gelb und, und weiß. Und, ähm, die Leute pusten. Das muss eine Pusteblume sein. Ja. Ja. Okay, toll. Okay. Oh, das Wort könnte ich den ganzen Tag lang sagen. Es macht mich glücklich. Das sind kleine Tiere. Wir haben vier davon. Ah, Welpen. Ja. Welpen, 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 Welpen. Welpen, 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 Welpen. Ah, du hast recht. Allein das zu sagen, macht mich schon glücklich. Welpen. Geht mir genauso. Okay, äh, du tippst darauf und schon hast du alle Informationen der Welt verfügbar. Oh, Computer. Ja, das stimmt. Scheint so, als haben wir alles richtig. Oh. Aber ganz ehrlich, irgendwie mag ich den Geschmack einer rohen Zitrone. Ich auch. Oh, darf ich es sagen? Bitte, Königin Emilia. Peace.